Wir sind aus Irland, wir teilen Ihnen jeder, Johnson Brothers aus Ingresaar. Wir haben die beiden Tommys aus Deutschland. Wo laufen meine Tommys auf? Einen Applaus. Sie haben sich formiert und haben jetzt geweistet, wir haben keine Ahnung was für Lieder jetzt kommen. Auch wir haben keine Ahnung, wir wissen nur, es wird garantiert sehr lustig, sehr spannend. Und dennoch, auch ohne Musik, sehr, sehr schön. Wenn ihr der gleiche Meinung seid, könnt ihr eigentlich schon mal applaudieren, ne? Für die zwei Literaturfesten, Jesus! Hausten! Guten Tag, 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 guten Tag! H irrelevant, was gut? And you having a good time at the country versetil meeting? Ja! Say yes tiny. Yes tiny. Thank you. Tonight we're going to play some songs there. I'll write you down by your actual. Wonderful guys this side of me. Wonderful guys that side of me. Wonderful drawer behind me. And we can sound out. Sound lands up there. Okay. Okay, we're going to stand out and set the song for a guy called Waylon James. In Ireland we call him Waylon James. It's all a good work going right there. Oh, it sounds like I know. He said to a spell like me. I know. It's all about being shown. Sometimes, from all the people I've not beengue. I think he's got too bodies. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020